auch ein neues eisensperr naja, warum? ne rabner ja weil dein es kaputt ist, warum ist dein es kaputt? weil ich gerade einen halbhort Zombies geschlachtet habe davor, davor 33 Kühe was ist denn das? gut ja ok soll ich jetzt holen? äh, Sand, also im Prinzip kannst du ganz viel Sand ich mach jetzt dir, gib mal ein Eisenstück her ich hab die nicht die sind in der Kiste da so, gib mal her, gib mal dein Eisenschwert warte ne, ich bin nicht hier ne, du kannst meins haben ok, dann und dann warte, gib mir nochmal, achso, ne, bleib nochmal hier kurz und dann brauch ich nochmal nochmal kurz ich mach dir mal so ne Schaufel mit, ja? was für ne Schaufel? zum Sandtapper ähm, ja, aber warte mal ich geb dir mal deine Eisenschaufel mit, weil du brauch richtig viel äh, Sand wegen Sandstern ok warte ja danke und tschüss ciao so so, erstmal alles einsortieren das einschmeiß ich wieder hinfort und, ja, der Brat aber schon über ein 64er Steak Steak, Steak ok Faden Faden das, das bei einem Bogen kommen wir in die Werkzeugkiste und ja, hab ich ne Pflasterstein Hä, wo ist ne Pflasterstein? höre den Zombie und dann hab ich noch ein bisschen das und dann die Erde kann ich bei mir lassen so, also bei wie viel Sandstein kann ich dann stoppen? ne Sand ne Sand ja Sand meine ich ach so 8 64er Steak oder 4 64er Steaks eher 8 ne 4 machen wir nur 4 so, jetzt hab ich noch ein bisschen Glas hier übrig so, irgendwas sittet mich grad nein erstmal umbauen hab ne Höhle gefunden wird ein kleber ja schön sand abbauen ja doch höhle können wir dann also was war gerade in dem block drin und schaden erst mal die ganze erde einsammeln merkt ihr meine hülle oder die kannst du auch 5 64 steaks machen ja also 5 64 steaks und drei sand ich wünsche ich jetzt genau noch drei sand weil ich habe nur 1 1x oder drei sandblöcke drei sand einfach nur drei sand ich mache gerade terraforming auf höchstem niveau meine schaufel ist weg gesundheit danke meine schaufel ist weg du hast noch die eisenschaufel hat nur eine mit die steinschaufel hast du auch noch mit nein habe ich wieder zurückgelegt deine eisenschaufel ist weg ja wie viel steaks hast du ich weiß 4 ja dann hol dir mal noch die ich hab jetzt hier deine verdammten blöcke 5 komm jetzt wieder und dann können wir 5 ja 5 steaks deswegen hier wo bist denn du ist egal bist du da äh nein keine ahnung doch könnte sein ein bisschen weiter ach dann kannst du den auch so mit der hand abbauen naja dauert halt drei jahre länger aber naja hätte ich es gewusst hätte ich mal das terraforming das aber arbeiten können wir können das ja dann noch mit echten steinzaun hier machen die mauer na brauchen wir zucker raus ne milch wir müssen ja dann irgendwann auch anbauen pflanzen hm so das wird im garten wollen wir da mal zusammen zu der höhle ja ja bitte aber da brauchen wir vorher noch ein bisschen ich hab's ansteigen wie viele steaks hast du 5 und dann brauch ich halt eben noch 3 warum weil ich nur 61 steaks deswegen do you know what i mean ja ähm so also ich komm jetzt wieder nach hause du hast wird doch gleich dunkel nein oh god was weißt du wissen ja aber ich weiß nicht was ich hochkommen müsste zum morgen war so eine leiter hochbau ja das muss er ich komme der sandlieferant da bist du hast gerade ein zombie gejagt was achtung da sind ich komme einfach zu hoch du hast die wand weg gemacht ja er muss eine steinwand hinkommen dahin hier hin Wie ist unser Feld dann? Unser Feld, alles klar Geh mal in Stein Ja, bleib mal Stein dran, du Reicht uns normaler Sandstein zu, oder brauchen wir glatten Sandstein? Na, scheißegal So, aus den 8 64er Stacks haben wir 2 64er Stacks Sandstein bekommen Hier, guck Ja, schön Können wir jetzt zu der Hölle gehen? Es ist nach wie mich kurz warten bis Tag ist Ok Ich baue, hier ist noch bisschen Fleisch Was mach ich so lange? So lange? Ähm Mit Sandstein bauen